Und verschwindest nicht. Für unser aller Seenfrieden. Leute, ich unterbreche die Vorführung ungern, aber du bist jetzt an der Reihe. Geht's noch? Wir sind doch zum Spielen gekommen. Ich würde mich auch hinsetzen und euch weiter zusehen, wenn es hier eine gute Girls schlafft. Aber, aber... Nein, nein, nein. Ali hat recht. Bringen wir das Spiel zu Ende. Ich denke, jetzt ist es beendet. Na dann, Yala Sarah. Was stehst du so blöd hier? Na los, Kleine, renn deiner Freundin hinterher. Sorry. Was gibt's da zu lachen, Hibber? Das war völlig unnötig. Wo ist dein Problem? Wieso machst du das? Chill. Was ist los, Arie? Stehst du auf deinen neuen Fan? Als ob sie mich hier interessieren würden. Und dort war's. Oh? Oh. 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 Oh.